So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute geht's mal weiter mit GTA. Habe ja schon gar nicht lange, oder was heißt, das lache ich schon wieder. Habe ich noch nicht oft gebracht und jetzt wollt ihr euch heute mal was zeigen, was bei dem Patch dazukam, was glaube ich noch nicht so viele wissen, also mir ist nicht aufgefallen. Und ja, man kann jetzt seine Outfits speichern, wenn man sich ein Outfit zusammengestellt hat, kann man das speichern und dann, man kann 10 Outfits speichern, richtig geil eigentlich. Und ja, jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das geht hier. Ihr fahrt einfach mal zu einem Dingsladen, Klamottenladen. Und ja, jetzt geht's hier an TG, jetzt seht ihr schon hier, Outfits gespeichert. Habe ich hier jetzt eins und zwar das hier, wo ich jetzt gerade anhabe. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man Neues speichern kann. Und dafür müsst ihr euch einfach, ja, ich ziehe mich jetzt einfach mal um. Ah, da kann man, okay. Ich, so oben ohne, nein. Also, ich mache mir jetzt einfach mal einen richtig geilen, wie heißt's, so, ganz schwarz, einen in ganz schwarz. Damit man in der Nacht einen fast nicht sieht, dass man sozusagen getarnt so ist. So. Was haben wir hier noch? Äh, haben wir hier Accessoires. Krawatten, brauche ich jetzt hier nicht unbedingt eine. Handschuhe. Ja, man, schwarze Handschuhe noch. Brillen. Brillen, ja. Scheiß drauf. Hello, hier ist eine, eine Frau. Ne, was soll's. Auf jeden Fall, wenn ihr hier jetzt fertig seid, dann geht's ja einfach wieder an die Theke. Geht's hier auf Outfits gespeichert. Ne, gespeicherte Outfits. So. Bearbeiten. Auf Viereck, schaut. Also, man ist dann hier. Auf Viereck bearbeiten. Und jetzt gibt's hier 10 so leere Slots. Und da kann man jetzt auf X hier den Speichern, das Speichern, was man gerade anhat. Und dann, jetzt kann man das hier benennen. Jetzt nenne ich es einfach mal Nachttarnung. Ganz einfach. So, Nachttarnung und so ist es gespeichert. Jetzt könnte ich auch wieder hier einfach das hier Nein, so nicht. Jetzt kann ich das wieder anziehen. Das ist ganz gechillt. Du kannst, ihr könnt es dann einfach so wechseln. Und das ist auch geil. Jetzt habe ich mal das Outfit hier an, Leute. Und das Geile ist auch noch, wenn ihr jetzt hier seid, ihr fahrt jetzt hier irgendwie einfach weg. Ich fahr jetzt hier mal ein bisschen weg, einfach. Jetzt fahr mal hier hoch, genau. So, Sonne scheint. Da, da, da. Einfach auf Inventar, Leute. Also, es war das Outfit. Und dann könnt ihr hier ganz gechillt das Summer Outfit anziehen. Immer, ihr könnt ihr einfach so switchen. Also, das ist richtig geil eigentlich. Und ihr könnt eben zehn Outfits haben. Es ist richtig gechillt. Und ja, dann würde ich sagen, wer das noch nicht gekannt hat, der soll einfach mal einen Daumen nach oben dalassen. Und wenn es ihm gefallen hat. Und für mehr solche Infovideos oder solche neue, solche Sachen haltet GTA, ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute.